Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie und Euch herzlich bei Lyrik im Ausland zur dritten Ausgabe unserer vierteiligen Reihe Unknown Pleasures. Heute nicht als Abendveranstaltung, sondern als Audio-Feature für Sie und Euch zu Hause. Zu Unknown Pleasures sind Lyrikerinnen und Lyriker eingeladen, internationale Lektüren ihrer Wahl mit uns zu teilen. Sie stellen bereits verstorbene europäische Dichterinnen des 20. Jahrhunderts vor, die im deutschsprachigen Raum noch kaum oder gar nicht bekannt sind. Aus ihrer je eigenen Perspektive führen Sie ein Leben und Werk der präsentierten Autorinnen ein und diskutieren deren Gedichte zusammen mit ausgewählten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Die Übersetzungen für die zweisprachigen Lesungen werden dabei eigens für die Veranstaltungen angefertigt. Heute stellt Tone Avenstrup zusammen mit Gregor Gumpert die große norwegische Dichterin Günfer Hoffmo, geboren 1921, verstorben 1995 vor. Zu Günfer Hoffmo und mit Gedichten von ihr hören wir also im Folgenden die Lyrikerin und Übersetzerin Tone Avenstrup, die für unser Format eben auch Günfer Hoffmo zur Präsentation ausgewählt und zusammen mit Stefan Döring Gedichte von ihr übersetzt hat. Tone Avenstrup ist als Künstlerin auch im Bereich Regie und Performance tätig. Ursprünglich aus Norwegen stammend lebt sie seit 1990 in Berlin, wo sie auch noch an der Ost-Berliner Humboldt-Universität studiert hat, nämlich Theater- und Literaturwissenschaften. Ihr letzter Einzelband mit Gedichten unter dem Titel November im Schlaf erschien 2019 im Verlag Peter Engstler. Sie wird also zunächst mit einer essayistischen Einführung zu Günfer Hoffmo sprechen, Einblick in ihre Lektüre Hoffmo geben und im Verlauf der Sendung deren Gedichte im norwegischen Original vortragen. Als ihren Gesprächspartner für die Diskussion und auch Rezitator der Hoffmo-Übersetzungen hören wir Gregor Gumpert. Beide begrüßen wir ganz herzlich zur Aufnahme der Sendung hier im Ausland am Sonntag, den 14. Februar 2021. Gregor Gumpert ist Literaturwissenschaftler. Er hat allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft und Skandinavistik sowie Philosophie in Deutschland und Norwegen studiert und nach seiner Habilitation verschiedenen Orts als Gastprofessor gelehrt. Im Kontext seiner wissenschaftlichen Tätigkeit hat er unter anderem auch zu norwegischen Autoren gearbeitet sowie Übersetzungen aus dem norwegischen im Bereich Philosophie vorgelegt. Zudem ist der Herausgeber literarischer Anthologien zu verschiedenen Regionen. Später in der Sendung hören wir auch Archivaufnahmen mit Günfer Hoffmo's eigener Stimme sowie eine musikalische Hoffmo-Vertonung der Band Valkyrian Allstars. Wir freuen uns über ihr und euer Interesse und übergeben damit Antone Avonstrup und Gregor Gumpert. Günfer Hoffmo in der Reihe Unknown Pleasures, eine Einleitung. Die Sterne und das bitterweiße Licht, das Dunkle, der Tod und die Dämmerung. Tod sind sie nicht, die Wörter, die du einmal sagtest, und die Dinge, die du tatest. Verwandelt wurden sie zum Schnee, zu Straßen, zum Mund. Günfer Hoffmo in Die Sterne und die Kindheit aus dem Jahr 1986 Ein Bruchteil von den 700 veröffentlichten Texten und über 300 aus dem Nachlass werden wir heute präsentieren. Dies kann nur einen flüchtigen Eindruck vermitteln, einen Umriss von der lebendlangen Produktion der norwegischen Autorin Günfer Hoffmo. Es freut mich, dass Hoffmo eine erneute Aufmerksamkeit bekommt. Als ich ihre Gedichte zum ersten Mal las, war sie eine mehr oder weniger unbekannte Autorin, die in der literarischen Öffentlichkeit kaum präsent, die für abseitig und krank galt, als eine, die von Tod und Gott fabulierte und eine, die nicht vergessen konnte. Ihr erstes Gedichtband »Ich will nach Hause zu den Menschen« erschien 1946 als eine klare Antwort auf die Inhumanität des Fassismus und Militarismus des Zweiten Weltkriegs. Kein anderer norwegischer Autor hat die Judenverfolgung so stark thematisiert wie sie, so Jan-Erik Woll, der Herr Ausgeber ihres Nachlasses, selbst ein bekannter Vertreter der konkreten Poesie in Norwegen. Woll hat auch eine Biografie über sie verfasst, die heißt »Mörkis Sangerske«, auf Deutsch »Sängerin der Dunkelheit«. Hoffmo starb 1995, nachdem sie Epilog abgeschlossen hatte. Kurz vor ihrer psychischen Erkrankung mit 32 Jahren erschien »Testament für eine Ewigkeit«. Die Titel ihrer Gedichtbände sind programmatisch. Geboren wurden sie 1921 in Uschlo, in einem Arbeiterviertel. Sie wuchs in einer großen, lebendigen und engagierten Familie auf. In deren linken Milieu wurde sie früh mit Politik konfrontiert. Ihr Onkel Rolf Hoffmo nahm an der Delegation der Arbeiterpartie bei der Kommentaren in Moskau teil. Während des Krieges wurde er und zwei andere Familienmitglieder ins Kassett deportiert. Er kam zurück. Aber Günvers enge Freundin, Ruth Meyer, sie überlebte nicht. Im Sommer 1940 trafen sich Günver und Ruth. Sie wurden ein Paar. Ruth, ein Jahr älter, kam als Flüchtling aus Wien nach Norwegen. Ihre jüdische Herkunft zwang sie und ihre Familie in die Emigration. Sie war äußerst belesen und wurde Günvers Bibliothek. Durch Ruth lernte sie die europäische Literatur kennen. Wie Rainer Maria Rilke, Ossip Mandelstamm, Hermann Brock wurde ihr vertraut. Vorher war sie eher beeinflusst von den norwegischen Autoren wie Arnulf Överland, Nordall Grieg und Rudolf Nielsen. 1942 wurde Ruth Meyer von der Gestapo verhaftet und mit dem Frachter Dunau von Uslu nach Polen transportiert, wo sie zwei Tage nach der Ankunft in Auschwitz vergast wurde. Günver war bei Ruth während der Verhaftung. Man gestattet die beiden, hinaus auf der Straße zu gehen, um sich zu verabschieden. Ruth hätte fliehen können. Warum tat sie es nicht? Warum sollten wir nicht leiden, wenn so viel Leid ist? schreibt Günver in dem Gedicht Begegnung, wo sie Ruth zitiert. Der Tod von Ruth Meyer wurde zum Schlüsselerlebnis von Hoffmo, der Nullpunkt, von dem aus sie zu schreiben begann, zu dem sie immer wieder zurückkehrte. Sie hörte nie auf, dies zu thematisieren. Das war das Kreuz, das sie tragen musste. Der war Loddehünfig. Ich mag das norwegische Wort Lod. Das kann Lot, Gewicht sein oder Los in der Lotterie, ein Schicksal bedeuten. Etwas, das getragen werden muss oder etwas, das Glück bringt. Bei ihr wurde es zu schwere, eine Überlebende sein. Hoffmo verbrachte mehr oder weniger 20 Jahre in Geüster, einer psychiatrischen Anstalt bei Uslo. Schizophrenie und Paranoia lautete die Diagnose. Und sie kämpfte gegen die Krankheit, gegen die Medikamente und die Lobotomie, der sie sich erfolgreich widersetzte. Es war auch ein Kampf gegen das Schweigen, gegen das Verstummen. Und sie gewann ihn. 1971 kehrte sie zurück mit dem Gedichtband Gast auf der Erde. Nach der Zeit in der Anstalt wohnte Hoffmo bei ihrem Bruder und in den letzten Jahren allein. Sie war nie verheiratet, sie hatte keine Kinder. Einige Jahre, kurz vor dem Ausbruch ihrer Krankheit, wohnte sie zusammen mit der Lyrikerin Astrid Tollefsen. Homophilie stand jedoch bis 1992 in Norwegen unter Strafe. Entschuldigung, 1972 unter Strafe. Dieser Aspekt fand keine Bedeutung bei den männlichen Kollegen und Kritikern unter ihren Zeitgenossen. Und ihre Wahl, ein dunkler Zeuge zu sein, war ihnen fremd. Und damit auch zum großen Teil ihre Lyrik, die als mysteriös und dunkel angesehen wurde. Aber sie bewegte sich in einem Grenzland. Sie schreibt, allzu nah war ich den Dingen. Doch ich bin auf der anderen Seite. Ob sie gläubig war, ihr Zweifel war jedenfalls stark. Derke Metaphysik, der Physik, schreibt Jan-Erik Woll. Das ist nicht Metaphysik, das ist Physik oder Körper. Denn das Schicksal ihrer jüdischen Freundin Ruth Meyer hat sie verkörpert. Sie sprach sie an. Du, meine einzige Freundin, du maltest deinen Tod. Und sie sprach mit ihrer Stimme. Identifizierte sie nahezu mit ihr. Wie kannst du? Wie kannst du durch meine Stimme sprechen? Auch an Gott wendet sie sich. Sie fleht ihn an. Aufgelöst und gefangen von ihm. Sie nimmt sogar seine Identität an. Wünscht sich einen Ort, wo ich sein Blick wäre. Eine kurze, kurze Weile. Ein Stern, der verglühend in des Menschen Welt fiel. Die Personalpronomen wandern. Verankern sich in unterschiedliche Körpern. Aus denen sie spricht. Hoffmur war sich ihrer Schizophrenie bewusst. Die Vernunft sagt Schizophrenie, schreibt sie in Kommentare zur eigenen Dichtung. Sie wollte nach Hause zu ihm. Zehn Jahre früher lautete es, ich will nach Hause. Und wohin? Zu den Menschen. Ein aufgelöstes Ich, fast im Verschwinden. Das hat mir bei ihr interessiert. Ihre Schwermut erschien mir nicht als ein Ausdruck metaphysischer Unbehaustheit, sondern als einen Versuch, das Menschsein zu beschreiben mit seinem Zweifel, seiner Bitterkeit und seinem kurzen Erleben vom Glück. Hoffmurs Gedichte haben oft das Wort Winter im Titel. Ihr erstes Gedicht heißt Ein Winterabend. Ihr drittes Winternachmittag. Das zehnte an den Winter. Danach folgen Bäume des Winters in stummen Nachtigalen. Winter in Zwischenspiel. Ich höre, dass der Winter sich nähert in Testamente für eine Ewigkeit. Winter in Gast auf der Erde und nochmal Winter in November. Sogar in Aus einem Sommer taucht der Winter auf. Hoffmur ist eine Winterdichterin. Hoffmur schreibt Schnee, nicht Snö, alter Rechtschreibung folgend. Und das Wort kommt oft im Titel vor. Fichten im Schnee. Der Schnee erinnert nicht. Der Schnee deutet nicht. Der Schnee des Nacht. Der Schnee will verteidigen. Wie viele Gedichte tragen Mörke, Dunkelheit oder Dunkel im Titel? Zehn. Wie viele gibt es mit Nacht? Siebenundzwanzig. Dabei ist Abend nicht mitgerechnet, aber Jünnacht, die helle Nacht. Hoffmur hat mich ö, den durchgestrichenen O, eingeprägt durch wiederholte Verwendung. Tröst, Dö, Glöd, Höst, Möter, Mörke. Trost, Tod, Glut, Herbst begegnet, Dunkelheit. Före, Jöre, Böte. Leiten, Tun, Büßen. Törster, Ömhet. Durste, Zärtlichkeit. Jödisk, Jüdisch. Und noch ein Wort. Sörge, Trauern. Das, was als Monotonie empfunden werden kann, ist die Konsistenz ihres Schreibens. Die Wiederholungen mit den kleinen Variationen sind raffiniert. Ihre Knappheit hat ein gewisser Pathos, aber auch eine unsentimentale Härte. Da nahm ich mein Schmerz, da nahm ich mein Schwert und schlug auf Stein, dass die Funken storben. So fielen meine Gedichte in deine Hände. Die Übersetzung von Gnur Hoffmus' Gedichten ist in Zusammenarbeit mit Stefan Döring entstanden und für diesen Abend an Non-Pleasures haben wir angefangen und die Arbeit wird fortgesetzt. Vielen Dank für die Einladung. Wir lesen zuerst aus dem Gedichtband Epilogue und danach aus Ich vergesse niemand. Bittersöse Herbst Bittersüßer Geschmack von Dämmer, von Tod Es ist, als nimmst du einen Hund an die Leine Und folgtest ihm durch fremde Landschaft Wo der Herbst dennoch bleibt Deines Herzens sehende Tiefe Ich fryser Ich fryser, skjönt, skjönt, sorgen brenner meg Ich törster, skjönt, jeg drikker Av evighetens vann Som strömmer fra ein kilde Jeg ikkje ser Men nær min barndom Nær alt av renhet Mich friert Mich friert Obwohl Trauer Mich brennt Mich dürstet Obwohl ich Trinke Vom Ewigkeitswasser Das einer kvelle entströmt Mir unsichtbar Doch nah meiner Kindheit Nah allem in reinheit Men natten Men natten Har gitt deg En våkenhet Som rommer Den minste sten Og de store katedraler Viss ensomhet Skaper Gud Og röster Fra døde Följer deg Dit levende Ikke går Aber die Nacht Aber die Nacht Hat dir geschenkt Eine Wachheit Welche birgt Den geringsten Stein Und die mächtigen Kathedralen Deren Einsamkeit Gott gebiert Und Stimmen Gestorbener Geleiten dich Dahin Wo Lebende Nicht gehen Horizonten Horizonten Dreper Tingene Omkring Deg Bilder På veggene Bøkene Diene Alt Dør Omkring Deg Der Horizont Der Horizont Tötet Die Dinge Um dich Bilder An den Venden Deine Bücher All das Stirbt Um dich Skrive Maschinen Står still Tumhet Strömmer Over tastene Som Over En Låst Bil I Kveldskaten Die Schreibmaschine Steht Still Die Leere Strömt Über Die Tasten Wie Über Ein Abgeschlossenes Auto In Der Abendstrasse Den Svarte Hunden Som Spiser Meg Jeg Drömte Jeg Var En Svale Som Brandt Meg På Solen Den Svarte Hunden Som Spiser Meg Kvellen Hardner Som Ben Og Tynger Meg Den Svarte Hunden Som Spiser Meg Svarte Orden, skrek noen. Ich glaube, es war noen, die lebte sehr lange und liebte Harmonie. Orden, ich werde es. Böken soll stehen in Reihe und Reihe, etter Alphabetet. Aber brente vierstücker lå in Askebegräne, und wie nonner mit böide hodern. Böken stod füllen av Stöv, og avisen eller strødd i rumme som hvite Schell på en strand. Ordnung, rief jemand. Ich glaube, es var jemand, der schon lange hatte gelebt und dem lieb var die Harmonie. Ordnung im Zimmer, die Bücher sollen geordnet stehen nach dem Alphabet. Doch abgebrannte Zündhölzer lagen in Aschenbechern, wie nonnen mit gebeugtem Haupt. Die Bücher standen staubbedeckt, Zeitungen lagen verstreut im Raum, wie weiße Muscheln am Strand. Aber wenn ich küsse dich, wird niemand död leben wieder. Wie viele graver nicht stille in der Nähe? Wie viele schreier nicht beklagte von ein Tags verstände lys? Ich glemmer niemand. Schmerzen stryker auch langs ein brugget kvist. Ich glemmer niemand, wenn ich küsse dich. Aber wenn ich dich küsse, wird kein Toter wieder lebendig. Wie viele Gräber stehen nicht stumm in Leerheit? Wie viele Schreie wurden nicht ausgelöscht vom versteinerten Licht eines Tages? Ich vergesse niemanden. Der Schmerz streicht ebenso einen gebrochenen Zweig entlang. Ich vergesse keinen, wenn ich dich küsse. Bildet ditt öppner sich, wenn ich mit eget sörgmodig bin. Violettet vidder, som vokser i kvelden und blir til musik. Bildet ditt, som ich naglet til ein brun vegg, erfüllt av dunkel formlöshet. Hvordan kunne du nicht gripe smerten, som gick gjennom kvelden? Dein Bild öffnet sich, da ich trübsinnig bin. Violette Weite wächst des Nachts und wird zu Musik. Dein Bild, das ich genagelt habe, an einer braune Wand, ist angefüllt mit dunkler Formlosigkeit. Wie konntest du den Schmerz nicht ergreifen, der durch die Nacht ging? In dem letzten Gedicht, das wir gelesen haben, heißt es, violette Weite wächst des Nachts und wird zu Musik. Und es kommt mir vor, als ob diese beiden Verse wie ein Motto über Hoffmus-Dichtung stehen können. Der Aspekt der Nacht, der Dunkelheit mit all seinen Konnotationen, Einsamkeit, Trauer, Verlorenheit, auch Verlorenheit in der Nacht und der Aspekt der Musik. Und ich empfinde Hoffmus-Dichtung als sehr musikalisch. Das geht dir, glaube ich, auch so. Ja, also in der Knappheit und Konsistenz hat es einen Rhythmus, obwohl es freie Verse sind, also freie, dann hat es eine, ja, das hat einen Rhythmus und eine Klanglichkeit. Das ist vielleicht auch wozu, was es auch musikalisch macht, also die Klang, die Klang der Wörter. Ja. Nur kurz zu dies, was du meintest auch, hier ist von violette Weite wächst, das ist auch, das hat auch eine Farbe. Ja, genau. Das ist auch schön dabei, weil Nacht ist so oft Nacht und dunkel, aber hier hat es die Farbe violett. Das gibt es auch einen Bezug, also einen extra Aspekt dazu. Ja. Aber diese Musikalität ihrer Dichtung geht einher mit einer ganz einfachen Wortwahl. Es sind keine komplizierten Ausdrücke, die sie gebraucht. Es sind eigentlich ganz gewöhnliche, alltägliche Wörter, die sie ja, zu einer musikalischen Struktur verbindet. Ja, was sie auch hat, diese Ös, das norwegische Buchstabe Ö. Ja. Und das hat schon im Klang, ein dunkler Klang, Ö, Mörke, Dötschö, man hört schon, das ist, also eine, es liegt lautmalend drin, so, und diese benutzt sie sehr viel. Ö ist auch leere Menge, also so. Ah ja. Das ist auch so was, ein Spannung. Und da hat sie auch dazu auch diese I-Wörter auch. Und man hört I, skrieg, stillhet, zwei Kontraste, ah, stille, schreie, du verstehst das, ja, und lieg, ja, also diese Is jedenfalls, das ist so ein, also sag mal, kontrapunktisch, so ein Ös. Ö und I. Ja, das sind so lautmalerische, die ohne, ohne maniiert zu werden, weil die auch eine Bedeutung tragen. Und ihr habt versucht, in der Übersetzung das rüberzubringen. Versucht, das rüberzubringen, ja, nicht immer, wir könnten dann nicht immer entsprechen, das finden, aber versucht das, ja, klar, das ist, sie hat auch in den früheren Gedichten auch Reime, Entreime, da haben wir teilweise versucht, das zu halten, aber auch nicht immer, nee, das ist, weil es sind Reste von Reime in den früheren Gedichten, das hören wir auch später, ja. Ja, genau. Würdest du sagen, dass es sehr schwierig ist, Hoffmo zu übersetzen, ins Deutsche? Nein, weil es so klar ist, ist es dann eine Herausforderung und es fordert eine Genauigkeit, aber es ist nicht, es ist nicht mehr schwierig als anderes, nee. Es ist sprachlich nicht schwierig, aber das haben wir jetzt auch schon gehört. Ich frage mich, ist es nicht schwierig, das auszuhalten, das, wovon sie spricht, denn es ist ja so, es ist eine Dichtung der Trauer, der Verzweiflung, der Angst, der Einsamkeit, der totalen Verlorenheit, mitunter auch in drastischen Bildern. Stimmt, ja. Und das, also ich stelle mir das sehr schwer vor, das auszuhalten. Ja, man muss schon, also, ungefähr, Geschwindigkeit nehmen, oder um reinzukommen, oder ich brauche jedenfalls Zeit, um reinzukommen, aber das ist auch, bei jeder Übersetzung ist es, reinzusteigen in einen fremden Univers, in einen Gedankengang von einem anderen Mensch und versuchen das in seine, entweder wie bei Hoffmann, in ihre Schwere, in ihre Trauer, und, aber das ist Versuch rein zu, also, vom eigenen wegzutreten und darin reinzugehen. Das ist immer so bei Übersetzungen, das ist, ihr Univers ist schwer, ja, und wenn es schwer draußen ist, dann hilft es nicht so, ja. Also schon ein sich einleben in diese Welt, in diese Gedankenwelt und vor allem ja auch Gefühlswelt und dann der Versuch, sprachlich, ja, so gut, so genau, wie es geht, das... Genau so möglich und dann ist es auf eine technische Weise, es ist Sprache, es sind Möglichkeiten, Wahlmöglichkeiten, das oder das Wort oder so oder die Zusammenstellung und das ist dann auch nicht die eigene Welt und das hilft dann, wenn man da genau an der Sprache technifiziert sozusagen, das ist da, die Zurück, den Zurückzug. Die, die, ja, sogenannte psychische Erkrankung, Hoffmus, findest du sie in diesen Gedichten auch wieder? also neben all dem anderen, neben dem Schicksal ihrer Freundin, ihrer Geliebten, kann man wohl sagen, das sie sehr beschäftigt hat, findest du auch von ihrer psychischen Erkrankung etwas wieder in den Gedichten? Nein, also da, das ist nicht, worauf ich Gewicht gelegt habe in der Auswahl. Das sind nicht so viele Gedichte, wo sie Gott anflehrt, wo sie Gott annimmt, nicht so viele davon. Ich habe versucht, an den Bildbeschreibungen zu bleiben. Ja. Nicht das, nicht all das, aber es ist klar, es klingt mit, in fast jedem Gedicht von ihr. Man hört es in jedem Gedicht fast. Das ist so. Aber Gedichte als Beispiel für Krankheit, so kann ich auch nicht denken. Das sind Versuche, das so zu deuten, wenn Psychiater, die auch den früheren Gedichten von ihr gelesen haben, aber das ist dann trotzdem nicht das, was das Wichtige ist. Das Wichtige ist, dass sie sprechen kann, schreiben kann und eine sehr präzise Sprache hat und dann Bilder findet. Genau. So mit den Nonnen, also dass die Streichhölzer aussehen wie gebeugte Nonnen im Aschenbecher, solche Sachen. Da guckt sie genau, was vor sie liegt da. Das sind eben genau solche Bilder, von denen man aber vielleicht auch sagen kann, es sind Bilder, die etwas bewältigen, also die nicht nur eine irgendwie verschobene Weltwahrnehmung zum Ausdruck bringen, sondern die auch etwas bewältigen. Ja. in der Sprache und indem sie das in ihre Dichtung bringt und ein, für uns vielleicht, ein merkwürdig überzeugendes, emotional überzeugendes, geschlossenes Bild schafft. denn, also genau das, was du erwähnst. Ja, das mit den Streichhölzer und auch im Gleichen ist es auch, das mit, wo die Zeitungen sehen aus wie weiße Muscheln am Strand. Ja, das ist ein wunderschönes Bild. Ja, das ist auch so, weil einige sagen, hier muss Ordnung sein, aber die Zeitungen sieht sie anders dann. Also das sind, das sind keine, die brutalen Bilder, das stimmt. Ja. Es gibt drastische, brutale Bilder, aber es gibt auch solche. Ja, die gerne skönheit haben. Genau. Ja. Ich will hjem, ich will se mot stjernene over nattblank sjö som synger, synger, deilig av natten, deilig av dagen, ingen av dem skal dø. Ich will hjem til menneskene som en blind jennom stråles i mørke as sorgens stjerne schien. Ich will nach Hause. Ich will zu den Sternen blicken über nattblanker See. Singen sie, singen, schön ist die Nacht, schön ist der Tag, keiner von denen wird sterben. Ich will nach Hause zu den Menschen, wie ein Blinder, im Dunkel erleuchtet vom Sternenschein der Trauer. Navnlöst ist alles in der Nacht. Navnlöst ist alt in natten. Stille, time etter time, legger tingene sinne, navnfraisei, treo stenen, tolker altes stemme og mister sin egen identitet. namenlöst namenlöst ist alles in der Nacht namenlöst ist alles in der Nacht. Stille, Stunde auf Stunde legen die Dinge ihre Namen ab, Baum und Stein, deuten die Stimme des Alls und verlassen ihre eigene identitet. Möte Slik ein renvort kveldstund kjenner du der henne ein jüdisk venninne die drepte hun visst lik die lot brenne sammen med tusen andres. Ramstiger lukten fra fjären fulene klunker alt stille noen ler fjernt gjennom skomringen stemmene klinger som mille som om de har natt i seg. Du vet bare at hun er her og ser henne uten å se og kjenner det brune blikket legger seg kjølig som sne over din rådløse sorg. og din trang til å skrike rase gråte og be slik som ein liten unge får viljen sin gjennom ved alt du smertelig glemte smelter vekk under det. Du hører den myke stemmen slik du hørte den sist spørrende uten å klage dempet og underlig trist. Varom solen vi nicht leiden wenn so viel leid ist. Begegnung Solche regennasser Abend lässt dich spüren es ist sie die Freundin Jüdin die man tøtete ihre Leiche verbrennen ließ zusammen mit tausend anderen bittere bittere geruch weht vom ufer alle vögel klagen still gelächter heilt halt fern im dæmmer die stimmen klingen mild als trügen sie nacht in sich schmerz schmerz verbark schmilzt darunter hin du hörst die weiche stimme wie du sie hörtest zuletzt klaglos fragen die frage leise unendlich trist warum sollen wir nicht leiden wenn so viel leid ist lande veien hvor går denne vei i skumringen det er som omsorgen i den gir seg selv til evigheten i fure trær og lyktestolper en fødsel og en død i samme stund skapes i dette landskap und mumlom ens om hertens møn die landstraße wohin führt dieser weg in der dæmmerung als gäbe eine traue in ihm sich jener ewigkeit hin in kiefern und lichtmasten eine geburt und ein tod zugleich erstehen in dieser landschaft und murmeln mit einsamkeits mund ein natt i byen husene gir seg til månen og gatene tolker det fotrinn som ikke lenger høres går og går mot evigheten og mennesket sover ved månens tillitsfulle lys som om det så av men barne honne sin kinderhand kinderhand in seiner og vinteren og vinteren visker til mennesket hold fast med min kulle hold fast ved stjernene hold fast ved sneen som lik et forlatt hus gir ekko fra de flyttedes stemmer for våren kommer da evigheten viker og blomster i et øyeblikks avsinn und der winter und der winter flüstert zum menschen halte fest an meiner kälte halte fest an den sternen halte fest am schnee so wie ein verlassenes haus ein echo hat von der weg gezogenen stimmen denn der frühling kommt wenn die ewigkeit und blut in des augenblikkes irrsinn kvinne med mandolin ekko aviser fordemringen over tomme gater er slått inn i et rødt fang og en blå stol hendene som grep om mandolinen rører nå ved barndommens bittre salighet barndom lik en vase som fortsetter og fælle kronblad fra glemte ruser frau de fortverrende bluten blatter flyter mellom himmel Ditt liv, din ensomhet, du er allerede mörk, som i döden, vent mot livens kirkegårder, med ditt röde blod, som ikke vil oppgi sin himmelske avgrunn, tortur ved kvister og løves rassling, de grå toner av en himmels demring. Skjer noe nå, skjer det med ditt eget rop, som en nartsvart engel har vekket. Sitzende Frau, der Galgen, dein Leben, deine Einsamkeit, du bist schon dunkel wie im Tod, zu Friedhöfen des Lebens gewandt, mit deinem roten Blut, das nicht aufgeben will, seinen himmlischen Abgrund, Tortur, wenn Laub und Zweige rascheln, die grauen Töne eines Dämmerhimmels. Geschieht etwas jetzt, geschieht es mit deinem eigenen Ruf, den ein nachtschwarzer Engel erweckt hat. Wir haben das Gedicht Mädchen mit Haaren gehört. Und da gibt es Anklänge an die biblische Geschichte, also an das Evangelium und an die Verleugnung Petri. Das ist auffällig, finde ich, dass sie in einem Gedicht so deutliche biblische, nicht Zitate, aber Motive aufgreift. Gibt es das öfter? Ja, also hier das Mädchen mit Haaren ist eigentlich zu einem Bild von Picasso geschrieben, aber das ist trotzdem ihre Themen oder alttestamentliche Themen, was sie dann aufgreift. Das ist, das ist, hat sie auch in anderen Gedichten, die auch in den 70er Jahren waren, das ist auch mit, also in diesem Nabot. Ich kenne das nicht so gut, ich habe nicht diese, also davon so viel ausgewählt, gewählt, aber hier, ja, hier ist es, kommt das mit Haaren, also Haaren wird das Dingliche, was reinkommt, also so der Haaren und dann assoziiert sie weiter zu, was passiert, bevor der Haaren kräht, ja. Ja, also das fand ich auffällig. Ja, das ist diese konkrete Sache, auch diese Frau mit Mandoline, das ist auch, oder auch mit Violine und Flöte, also diese Instrumente, die ab und zu kommt. Und das ist da, da ist für mich einfacher zu assoziieren zu einem anderen Gedicht von ihr über Rilke, wo sie sagt, wer fragt nach der, wer fragt nach der Violine? Und dann ist es dann zum Schluss, und was flötet? Dann ist die Violine plötzlich so eine Flöte geworden und die flötet Veränderung. Und das fand ich dann eine Art von Auflösung sozusagen, das fand ich schön. Das ist, die biblische Themen, die ist schwierig, ja. Und wir haben auch das Konkrete, wo sie in das Gedicht Begegnung möte, wo sie ganz genau Ruth Mayer zitiert. Ja. Da kommt auch auf Norwegisch was Deutsches drin. Das sind die letzten Worte, oder was sie geschrieben hat in einem Brief zu der Schwester von Ruth Mayer. Aber sie hat es auch in diesem Gedicht, ja. Das ist unsere Situation, ja. Man könnte ja denken, dass diese Gedichte, die wir gelesen haben, also Mädchen mit Haaren oder Frau mit Mandoline, dass die direkt auf die Bilder, und zwar hier, Bilder Picassos Bezug nehmen. Aber das ist ein schwieriger Bezug. Ja. Das ist jedenfalls keine Bildbeschreibung. Nein. Davon, das ist weit weg. Vielleicht ist es ein bisschen mehr von den Bildern in ihrem letzten Buch, dieser Epilog, wo sie Bilder über Harald Sulberg, der norwegische Maler, wo sie mehr so Landschaftsbilder hat. Davon haben wir auch drei gelesen. Ja. Ja, und der eine, das ist doch, da haben wir doch, das ist so diese Urwinteren. Ja. Das ist der eine davon, und das ist so, weil, das beschreibt auch nicht das Bild vom Winter, oder das Bild vom Sulberg. Und das ist auch nicht das, vielleicht was zum Wiederzugeben ist, aber... Vielleicht nimmt sie diese Bilder wie ein Sprungbrett, um in ihre Dichtung zu springen, und oder eben nur als ein Anlass für ein Gedicht. Ja, oder wie Sie das sagen, das findet eine Wiederhall, oder Wiederklang, Jänklang. Ja. Das, was, wenn sie auf das Bild sieht, was es bei ihr wieder als Erinnerungen weckt. Das findet eine Wiederhall bei ihr. Aber die Bildlichkeit in ihren Gedichten ist schon ein tragendes Element, finde ich. Manche Bilder sind, wir haben ja schon darüber gesprochen, also manche Bilder sind sehr drastisch oder brutal, andere sind schön, zärtlich, könnte man auch sagen. Also in dem Gedicht über das eine Sulberg-Bild, eine Nacht in der Stadt, und der Mensch schläft unter des Mondes vertrautem Licht, als schliefe er mit einer Kinderhand in seiner. Das ist ja wieder ein ganz schönes, ja, irgendwie zärtliches Bild. Manche Bilder sind sehr konkret, man kann sie, also dieses etwa, mit der Kinderhand, man kann es sich wirklich sehr gut vorstellen. Andere sind irgendwie abstrakt oder unanschaulich, finde ich. Ja. Das ist eine eigenartige Mischung, die Sie da ... Ja, die fast mysteriös oder zu brutal. Also einige sind da von ... Aus diesem Buch, ich vergesse niemanden, da ist es fünf Aquarelle von Ruth Mayer. Ja. Sie hat so Aquarelle, und da ist auch viele Friedhöfe, viele Kreuze, rote Bäume und so was. Also da nimmt sie Elemente davon auf. Das ist ... Aber sie versucht, wie gesagt, die nie zu beschreiben. Und das ist auch so etwas, was sie sagt, auch Beschreiben und Deutungen. Sie wehrt sich sehr, sehr über ihre eigene Dichtung, so was zu sagen. Da ist sie sehr, sehr ablehnend und findet es auch fast als ein Verrat. So, das ist ... Da ist sie sehr, sehr krass. Aber vielleicht ist das auch wirklich das Moderne an ihr, dass diese Bilder eben ... Also wie du sagst, dass hier nicht beschrieben wird, sondern dass, wie soll ich sagen, also ein bildlicher Komplex in die Welt gebracht wird, in der Dichtung, der einen emotionalen Widerhall beim Lesepublikum finden soll. Also ich glaube, der englische Dichter T.S. Eliot, er hat gesprochen davon, dass die Dichtung ein objektives Korrelat schafft, einen Komplex, der eine Emotion weckt. Und das ist, glaube ich, alle ihre Bilder versuchen, starke Emotionen zu wecken. Ich würde eher so, die Bilder, was sie sieht, hat bei ihr Emotionen erweckt. Und sie versuchen, die Emotionen zu beschreiben. Sie versucht nicht, die Emotionen zu wecken. Sie versucht, sie zu beschreiben. Sie versucht, das durch Bildsprache zu beschreiben. Aber die Bilder wecken doch bei uns Emotionen. Ja, klar. Ja, aber das ist nicht ... Du verstehst den Unterschied? Ja, natürlich. Nee, klar, die wecken, wenn die lebendig werden. Ja. Und das ist so schön. Dein Bild öffnet sich. Also so, das ist dieser Text. Weil, ja, was sieht man da plötzlich? Das ist auch so, da geht was im Kopf los. Und das ist etwas Schönes. Also diese Aufforderung finde ich auch gut. Aber meinst du damit, dass sie gar nicht das Ziel verfolgt hat, bei ihrem Lesepublikum diese starke Emotion zu wecken? Dass sie also das nicht als ihr eigentliches Ziel verstanden hat? Ja, nee, und sie hat doch auch fast gar nicht gelesen. Also selber, sie war nie zu Lesungen eingeladen. Das ist, sie mochte das nicht, sie konnte das nicht. Es wurde ihr sehr klar gesagt, das kann sie nicht. Sie liest so schnell, sie liest so ungenau und sowas. Und die haben fast immer dann Schauspieler gesetzt, um ihre Texte zu lesen in norwegischem Radio. Und wir haben ein paar Aufnahmen von ihr. Und das ist die, die es gibt von 55, von dänischer Radio. Sie war da schon in einer Anstalt, aber sie hat sich rausgeschlichen. Nach Kopenhagen. Ja, nach Kopenhagen. Also hat sie sich freigenommen, während sie auch auf ein Gericht wartete, weil sie hatte eine der Ärzte bedroht. Deswegen war sie auch vor Gericht. Und dann ist sie nach Dänemark abgehauen. Und da wurde sie eingeladen, für dänische Radio zu reden oder zu lesen. Und das sind die Aufnahmen, wo sie liest sehr gut. Und dann schreibt sie nach, sie liest 50 Prozent langsamer als sonst. Und das ist auch so komisch so. Aber das sind diese elf Aufnahmen, die jetzt öfter zu hören sind. Aber merkwürdig eigentlich, dass sie in Kopenhagen dieses Angebot bekommen hat, im Radio zu lesen. Ja, aber sie war... Und in Norwegen nicht. Ja, ne, da wurde also sehr oft gesagt, dass sie da keine, also sie war keine gute Leserin. Und deswegen auch dazu zurück, dass sie versucht, nicht etwas zu wecken. Das ist, sie versucht zu beschreiben. Und durch das Schreiben, durch das Umsetzen, auch teilweise mit der Form kämpfend, dort vermittelt sie in der Sprache. Aber das ist dann, das leitet auf eine ganz interessante und wichtige Frage eigentlich. Was wollte sie mit ihrer Dichtung? Wollte sie überhaupt etwas? Oder hat sie für sich selbst geschrieben? Was wollte sie? Ja, das kann man schon fragen. Sicherlich, also ich lese Lyrik oder als Therapie zu lesen, so würde ich das bei ihr nicht, überhaupt nicht sehen. Das ist, man kann auch diese Texte lesen, ohne von ihrer Krankheit zu wissen. Ja. Das kann man schon. Das ist, diese Identifizierungen und Anrufungen, diese mehr expressionistische Anrufungen, die sind auch bei den Expressionisten, also bei früheren und teilweise auch späteren Autoren. Das ist es nicht. Aber wo wollte ich hin, das bei, ja, wo sie hin will, wo sie hin wollte. Und das ist auch so, das ist fast so eine, da ist auch diese erste von Sulberg, Landstraße, wo führt diese Wege in der Dämmerung und so. Und das ist dann, und dann, das finde ich, also als Antwort davon hat sie, würde ich sagen, das hat sie schon in ihrem Debütbuch gesagt. Ich will nach Hause zu den Menschen. Das ist so, das hat sie schon von Anfang gesagt. Das ist, das ist, eine Rückkehr. Rückkehr, ja, also das ist ein Postulat, womit sie zu schreiben beginnt. Ja. Und das hält sie die ganze Zeit. Ja. Das ist mehr so. Das ist immer, was sie dann bindet, auch durch diese konkrete, konkrete Bilder, die sie findet. So verstehe ich das jedenfalls. Ja. Ja. Ich will nach einer anderen Wirklichkeit. Krank wird einer vom Ruf nach einer anderen Wirklichkeit. Allzu nah war ich den Dingen, sodass ich hindurch mich brannte und stehe auf ihrer anderen Seite, wo das Licht nicht geschieden ist vom Dunkel, wo keine Grenze beschränkt, nur eine Stille, die mich schleudert ins Universum aus Einsamkeit, ach, aus unheilbarer Einsamkeit. Sieh, wie ich meine Hand kühle im frischen Gras, das ist wohl Wirklichkeit, das ist wohl Wirklichkeit genug für deine Augen, doch ich bin auf der anderen Seite, wo Grashalme klingende Glocken sind aus Trauer und bittre Erwartung. Ich halte eines Menschen Hand, ich schaue in eines Menschen Auge, doch ich bin auf der anderen Seite, wo der Mensch ein Nebel ist aus Einsamkeit und Angst. Ach, wäre ich ein Stein, der behausen könnte dieser Leere schwere, wäre ich ein Stern, der trinken könnte dieser Leere Schmerz, doch ich bin ein Mensch, geschleudert ins Grenzland, und die Stille höre ich brausen, die Stille höre ich rufen aus tieferen Welten als dieser. Fra ein annen Wirklichkeit, Syk blir ein Europa um Wirklichkeit, Allt for nær, allt for nær var ich tingene, slik at ich brant meg gjennom, und står på den andre siden av dem, der lyset ikkje er skilt fra mørke, der ingen grenser er satt, bare ein Stille heimkje er skilt fra mørke, som kastar mig ut i universet av ensamhet, og av uvelbredelig ensamhet. Se, eg svaler min hånd i kjølig gress, det er vel virkelighet, det er vel virkelighet nok for dine øyne, men eg er på den andre siden, hvor gressstrå er kimene klokker av sorg, og bitter forventning. Eg holder eit menneskes hånd, ser inn i eit menneskes øyne, men eg er på den andre siden, der menneske er ein toke av ensamhet og angst, og om eg var ein sten, som kunne romme denne tomhetens tyngde, om eg var ein stjerne, som kunne drikke denne tomhetens smerte, men eg er eit menneske, kaste du die grenselanne, og stillheten hører jeg brøse, stillheten hører jeg rope, fra dypere verdener en denne. Vom Ich in Gottes verwirrten Trænen, in der Mitte zwischen Lamm og Wurm des giftes vergebliges Zeugnis. Aber der Ast trægt seine Nacht, in denne gjenlyde som i en ren klokk i døde byr, gjenlyde, selta form, i Guds forvirret tår, midt mellom Lamm og Orm, forjevesla giften vittne, men gren bæres i natt, som sol imot blinde øyne, og bare forseende, mørkner, all død den har hatt. Det er ingen hverdag mer. Gud, hvis du enda ser, det er ingen hverdag mer. Det er bare stumme skrik, det er bare sorte lik, som henger i røde trær. Hør hvor stille det er. Vi vender oss for å gå hjem, men alltid møter vi dem. Alt vi fornemmer en dag, er de dreptes åndedrag. Om vi i glemsel rår, er det asken deres vi tror. Gud, hvis du enda ser, det er ingen hverdag mer. Es gibt keinen Alltag mer. Gott, wenn du siehst noch her, es gibt keinen Alltag mer. Es gibt nur ein Schreien stumm, nur Leichen baumeln ringsum, in roter Bäume gezweig, so höre, wie alles schweigt. Wir wenden uns heimwärts still, es folgt doch stets ihr Bild. Wohin uns der Tag wohl treibt, der Hauch der Getøteten bleibt. Geht der Fuß auch gedankenlos, ihre Asche betritt er bloß. Gott, wenn du siehst noch her, es gibt keinen Alltag mer. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten und ihr hörtet Tone Avenstrup und Gregor Gumpert mit und zu Gedichten von Günfer Hoffmann in einer Produktion von Lyrik im Ausland. Zum Ausklang der Sendung hören wir nun noch die norwegische Band Valkyrie & Allstars mit dem Song Ingen Verdak. Das ist eine Vertonung des Hofmo-Gedichts, das zuletzt in beiden Sprachen zu hören war. Det der Ingen verdagt mehr, es gibt keinen Alltag mehr. Vielen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit. De Bro firm ich über die Wamsa von Euer habe deinen Zürich gestern. Das war die Verkstange ist, was ich einlimmer, Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018